Hi Leute und willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 3. Wir sind hier in Kolonie Tau, eine eigentlich verlassene Kolonie, wo noch so ein bisschen Restbevölkerung sich drin aufgehalten hat, die sich eigentlich schon fast aufgegeben hatte, um Kommandärin Juniper rum. Auch diese Kolonie haben wir jetzt befreit und ihr neue Hoffnung gegeben. Juniper hat sich uns auch angeschlossen. Ich habe aber alles so gelassen, wie es ist, weil wir auch hier mit Noah, der die Klasse geerbt hat, und letztendlich hier Ätzels Klasse spielen, die auch noch Senna bekommen soll. So, was haben wir gerade für eine Quest aktiv? Wir müssen noch so ein paar Sachen hier machen. Der Jäger, sprich mit Goyne. Ja, dann machen wir das doch hier als erstes Mal. Ach ja, genau, wir können jetzt diese Rutschen da hinten benutzen, das müssen wir gleich auch mal ausprobieren. Juniper, da bist du ja. Du hast gesagt, dass ihr Rain gefunden habt. Guck mal da drüben, ein Signalstein. Moment, das ist ein Feuerchen, würde ich sagen. Juniper, oder Juniper, was ist das für ein Rauch? Es ist ein Signalstein. Benutzen sie, wenn normale Kommunikation nicht möglich ist. Sie verströmen Rauch als Warnsignal. Moment, du glaubst also... Was heißt also, da ist irgendwer in Schwierigkeiten? Ja, und zwar mit hoher Wahrscheinlichkeit. Rain. Er ist losgezogen, um unsere Nahrungsvorräte aufzustocken. Okay, ich folge dem Signalstein. Goyne, warte hier. Ja, dann, dass sie zu unserer Gruppe gehört, folgen wir wohl mit, ne? Aber du hast dich selbst noch nicht richtig erholt. Ich möchte nicht, dass du dieses Risiko eingehst. Verstanden. Bitte sagt Lori, sie soll mir folgen, nur für den Fall der Fälle. Wir werden auch da sein, mach dir keine Sorgen. Ja, ich wollte gerade sagen, sie ist noch nicht alleine. Danke, also dann lass uns aufbrechen. Ähm, ja, ich habe wieder ein paar Tage Spielpause einlegen müssen, weil ich durch meine Erkältung, die auch immer noch da ist, ich werde auch weiterhin Nase hochziehen müssen und so in diesem Video. Könnt ihr euch schon mal drauf einstellen. Ähm, weil ich war zwei, drei Tage lang so heiser gewesen, dass ich eigentlich fast keine Stimme mehr hatte und dann aufnehmen nicht zu denken war. Das ist jetzt ein bisschen besser geworden. Achso, wir hüpfen dann einfach so drauf, wir müssen gar nichts drücken. Genau, und, ja, jetzt geht's halt wieder und ich zocke mal ein bisschen weiter. Ich habe sehr viel Splatoon 3 in diesen drei Tagen gezockt, wirklich. Für mich im Moment, ich suchte es online im Moment echt hart und viel. Ich will auch diesen Battle Pass, den Katalog auf Stufe 99 bringen für das Emote. Also ich finde es echt mega und macht mir echt viel Spaß im Moment. Aber zwischendurch muss ich auch mal ein bisschen Xenoblade zocken. Ähm, genau, wir sind im Prinzip immer noch auf dem Weg zum Schwert beziehungsweise zur Stadt. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht mehr so weit weg sind, ehrlich gesagt. Ich meine, im Prinzip machen wir ja auch seit Anfang des Spiels nichts anderes. Wir haben jetzt schon die Quest der Jäger aktiv. Ist das jetzt hier tatsächlich unser Weg gewesen? Oh. Ähm, ich hatte vorhin auf der Karte gesehen. Hier war auch noch ein Interaktionspunkt gewesen. Den wollte ich mir eigentlich auch nochmal anschauen. Hm, die Frage ist nur, wo ist der, ne? Der scheint irgendwie da oben zu... Entweder über oder unter uns zu sein. Auf jeden Fall genau in der Richtung. Wir stehen jetzt quasi genau vor. Ich gucke jetzt noch einmal in die Kolonie, ob man von da aus da reinkommt. Oder da hinkommt. Einmal eigentlich in Kolonie Tau schon gegessen. Besprochen hatten wir alles, oder? Genau, zu besprechen gibt es nichts. Nein, äh, doch. Kennen wir schon, ne? Magda Salat. Erhöhte Beute. Naja, egal. Ähm. Doch, das Rezept kannten wir schon. Das war kein neues Rezept, oder? So, wir wollten... Hm, zu diesem Interaktionspunkt. Es sieht fast so aus, ehrlich gesagt. Kann man hinten irgendwo rauf gehen? Man sieht ja auch hier auf dem Boden. Das ist irgendwie über oder unter uns. Ah. Mich wundert auch, dass unser Weg hierher geht. Gerade ging der noch komplett woanders her, ne? Aber man kommt tatsächlich, glaube ich, hier über diesen Baum. In den Feronis hier rein. Und darüber kommt man dann auch zu diesem Interaktionspunkt. Wahrscheinlich lässt er einfach eine Leiter hinab, damit man danach nicht nochmal diesen Weg hier gehen muss. Ja, ja, doch ein bisschen länger zu sein scheint. Okay. Tau Feroniskopf. So wird ein Schuh draus. Okay, okay. Diesen Weg, bitte. So, und jetzt müssten wir auch irgendwann an diesen Interaktionspunkt gelangen. Wo war denn der jetzt? Naja, hier noch nicht. Es wird schneller, wenn wir diesen Weg hierher kommen. Ja, man sieht mal, wir hätten auch einen anderen Weg nehmen können, ne? Tau Wachturm. Hier steht auch nochmal ein Container. Ich hoffe, wir können hier an diesem Hilfe machen. Viele Wege führen hier anscheinend nach oben. Wir nehmen jetzt mal den. Weil ich auch immer noch zu diesem Interaktionspunkt möchte, den man jetzt... Ach, der ist rechts von uns. Ich schätze mal, wenn wir diesem Weg hier folgen, werden wir automatisch an diesem Interaktionspunkt vorbeikommen. Und der wird ja irgendwo eine Leiter nach unten lassen. Da ist ein Fahrstuhl. Ich wollte gerade sagen, er ist sogar aktiv. Das hätte mich jetzt auch echt überrascht, weil dann hätte man ihn nach unten irgendwo sehen müssen. Der ist noch nicht aktiv. Ich schätze mal, er wird aber irgendwann aktiv werden, wenn wir, weiß ich nicht, irgendeiner Quest weiter nachgehen. So, und jetzt kommen wir zu diesem Interaktionspunkt, glaube ich. Ach so, der... Der spannt einfach ein neues Seil, oder? Genau, wir schießen jetzt auch eine Art Hapune darüber. Ching, ching. Okay, aber die Dinger hier, die funktionieren ja wahrscheinlich eher nur in eine Richtung, oder? Boah. Also, ganz einfach ist Noah auch nicht immer zu steuern. Ist das hier unser Hinweg gewesen? Waren wir hier schon? Ich habe da hinten noch was zum Flöten gesehen. Die Musik wird auf jeden Fall gerade irgendwie bedrohlich. Ja, ich glaube, das war unser initialer Weg hier gewesen, oder? Aber ich weiß es jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau. Wir flöten auf jeden Fall einmal eine Runde. So, und jetzt gehen wir mal diesen armen Kerl weitersuchen. Yay! Zehn Ruf für die Kolonie. Aber gefühlt, ich wollte gerade sagen, dieser Wegweiserstrich, der ändert sich auch irgendwie ständig. Guck mal, da oben könnte man auch nochmal rauf. Oh, ich dachte, man konnte ja noch eine Treppe rauf gehen. Konnte man aber offensichtlich rufen. Von welchem... Kann ich sie hier runterschubsen? Von welchem Container reden wir gerade genau? Sie hat gerade irgendwas von einem Container erzählt. Naja. Wir springen jetzt einfach immer da drauf. Guck mal, da unten ist auch noch, ähm... ein Schlachtfeld, was wir nach Hause flöten könnten. Ah, wuhu! Das wird die Blutpumpen, ey? Wir müssen das immer wieder machen. Es sah gerade so aus, als wenn man hier irgendwo runter konnte. Kann man auch hier hinten. Wir haben hier Kavesi kämpft. Ja, genau, ein paar Leute sind hier gefallen. Das haben wir auch schon gesehen, hier unten. Wir müssen gleich den ganzen Weg wieder rauf. Oder wir sind jetzt in eine andere Quest reingerannt. Ich weiß es nicht. Der Kampf war hier? Ja, hier hat die Schlachtstadt gefunden. Sie waren in der Überzahl. Wir haben uns gut geschlagen, unsere Vorteile ausgenutzt, aber am Ende haben die Zahlen gesiegt. Das Opfer, das die Nachhut erbracht hat, hat so viele von uns gerettet. Trotzdem, wenn man an so einem Ort eingekesselt wird, gibt es normalerweise kein Entkommen. Jetzt scheinen sich hier Monster eingenistet zu haben. So können wir niemanden den Weg weisen. Und dann sollten wir sie loswerden, bevor sie zu einem noch größeren Problem werden. Ja, sollten wir. Ja, natürlich, das sollten wir tun. Komm schon, wobei mein Enthusiasmus, den versorgen wir die Ärsche. So was will ich von dir hören. Den geben wir einen Klaps auf den Po. Okay, sie scheinen nicht so die Kämpferin zu sein. Naja, netter Versuch. Auf geht's. Achso, wir haben sie aber gerade als Held in unserer Gruppe. Ja gut, Stufe 33, wir sind 39. Sollte gehen. So, Anstoß an Anschluss können wir jetzt neuerdings machen, ne? Das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, irgendwie gelernt. Das hebt natürlich auch nochmal das Angriffstempo oder das Kampftempo generell. Ah, ich glaube, ich hätte es umgekehrt machen sollen. Wow, was geht hier gerade ab? Achso, irgendjemand ist da in Synchroform. Ja, könnten wir auch mal machen. Aber hier kann man auch nicht Anschluss... Achso, das musste man im Tree, im Orboros Tree skillen, ne? Dass man Anschluss an Anschluss machen kann. Ja, das ist auf jeden Fall auch nach wie vor das Erste, wo ich hin möchte. So, wir sehen eigentlich gar nicht mal so gut aus in diesem Velokampf hier. Aber ich glaube, das macht nichts. Ich glaube, gewinnen werden wir ihn trotzdem. Wo ist... Ah, hier ist noch ein Fehl. Ja, das ist es auch schon gewesen. Jetzt sollten wir sie in Ruhe verabschieden können. Es gab hier so viele Monster. Ohne eure Hilfe wäre das schwierig geworden. Okay, fangen wir an. War jetzt nicht die Quest, die wir machen wollten, aber nun gut. Ja, für sicher. Wo? Ach hier, ich wollte gerade sagen, wo können wir denn hier flöten? Immer noch irgendwie ein magischer Moment, ne? Auch wenn er mittlerweile ein ganz klein bisschen abgenutzt ist. Graziana. Aha, diese Lichter kamen also von euch. Wir dachten uns schon, dass es eine Wegweiser-Zeremonie war. Es sah so sanft und zart aus. Ja, sie können uns jetzt, äh, sie können jetzt alle in Frieden ruhen. Der alte Kommandeur ist auch hier gestorben und wir mussten ihn einfach hier zurücklassen. Oh, wirklich? Er ist als erstes gefallen. Er ist derjenige, der Juniper befördert und die Flucht ermöglicht hat. Er war stark und herzensgut. Ich habe ihn bewundert. Er hat immer an die Kolonie gedacht. Er hat Juniper geholfen zu überleben und bis zum bitteren Ende gekämpft. Er hat dich also selber befördert, ungewöhnlich, aber er hat wohl eine Verbindung zwischen euch gespürt. Ja, gewissermaßen führst du sein Werk fort, das finde ich schön. Und unser Wegweiser, er hat ein tiefes Verständnis für unsere Kolonie und hat einen Weg gesucht, sich einzubringen. Er war sehr sanft. In dieser Hinsicht war Graziana sehr ähnlich. Hast du mich gerade sanft genannt? Auf der anderen Seite nimmt Kadamine seine Pflichten sehr ernst, genau wie der ehemalige Kommandeur. Wir haben alle etwas von unseren Vorgängern übernommen, die ganze Kolonie Tau. Der Foreo Kommandeur kannte deine Stärke und deine liebevolle Art, Juniper. Ja, darum hat er dich gewählt und so hart für die gekämpft. Die Kolonie, die du erben würdest... Hä? Ja, darum hat er dich gewählt und so hart dafür gekämpft. Die Kolonie, die du erben würdest, zu beschützen. Ja, so war es wohl. Aber nachdem wir Noah und die anderen kennengelernt haben, sehe ich so viel, was wir noch ändern können. Wir müssen nach neuen Pfaden suchen, statt immer nur in einem Fleck zu verharren. Wir werden dabei so viel helfen, wie wir können. Was auch immer deine Wahl ist, Juniper, wir werden dir folgen. Wir glauben an dich. Das höre ich gern. Danke. Wir müssen alle zusammen ein neues Tau aufbauen. So werden wir unsere verstorbenen Freunde stolz machen. Abgeschlossen. Die Quest, die wir gar nicht verfolgt haben. Totenbräuche. Gut, haben wir schon mal eine Kolonie... Äh, eine Kolonie, sag ich schon. Eine Mission weniger. Erhöht Schaden pro Gegner, der im Kampf teilnimmt. Achso, was ich auch nochmal machen wollte. Wo wir gerade hier sind. Hier leuchtet schon wieder irgendwas, was wir abgeben können. Eine Silberbrosche. Und eine Verheißungskette. Auch die müssen wir uns nochmal eben anschauen, ob die cool sind, die Items. Erhöht KP, äh, Heilung beim Einsatz von Heilungstechniken um 16%. Erhöht Trefferrate am Tag um 16%. Was haben denn unsere Heiler hier gerade ausgerüstet? Erhöht Angriffskraft, interessant. Ja, eine Kette. Warum hat er denn als Heiler einen Dampfgurt an? Ist das so beabsichtigt gewesen oder hatte ich nichts Besseres? 16%, 21%. Ja, ich muss im Prinzip nochmal nach diesen Ketten hier gucken. Weil das sind eigentlich die 10%. Weil das sind die, die die Heilung erhöhen. Achso, die hat der Dingens an. Ja, ich vermute mal, das wird dann die Beste sein, die wir hier ausrüsten können. Dass man das hier nicht mal irgendwie anders sortieren kann, ne? Nach Itemtyp oder so. Furchtbar. Warum? Oder mal, dass man alle Klassen, alle Items, die für die Klasse relevant sind, dann wenigstens nach oben schiebt, ne? Ja, ich denke, immerhin haben wir jetzt mal eine zweite Kette hier. Auch Nicht-Heiler können mit Streiter beim Aufwärten. Auf Opferungskette. Ja. Also das Itemmenü hätten sie irgendwie mal ein bisschen besser machen können, müssen wir nochmal ein, zwei Optionen hinzufügen können. Jetzt suchen wir aber den Typen, der hier abhanden gekommen ist und das Rauchssignal gegeben hat. Ich sehe, einige Relationen haben geändert. Some Relationen haben geändert. So, Kraxel, Kraxel. Gar nicht, gar nicht lang hier raufzuklettern. Boah, warum juckt denn jetzt meine Nase so? Furchtbar. Oh, hier wurde angegriffen von so einem Gorilla hier, Stufe 34. So, haben wir alle Anschlüsse durchgejagt. So kriegt man die auch schneller raus und dann sind die auch, die sind immer noch locker. Ah, jetzt passt das auch ganz gut. Dass sie mit den anderen Dingern hier wieder einigermaßen fertig sind. So, die laden sich bei jedem Auto-Attack auf und die da über Zeit. Gut, wenn man die über Zeit schnell rauskriegt, dann fängt sich natürlich der Kugel dann auch eher an zu erholen. Und dann haut das ein bisschen besser hin. Was auch immer er da macht. Hier willst du auch nochmal raufgehen. Rollen wir das? Guck mal, vielleicht auf dem Rückweg mal machen. Falls es noch einen Rückweg gibt. Weil irgendwie unser Hauptquest scheint auch hier in der Richtung zu sein. Ist das jetzt die Cutscene von der Nebenquest oder von der Hauptquest? Oh, noch so ein Mechon. Was zum Funken? Das Ding ist aus dem Nichts ausgetaucht. Und will kämpfen. Vorsicht, es greift an. Oder ist das so eine neue Quest, die hier gerade gestartet wird? Ah, ist schon eine neue Quest zu sein. Das Phantom. Oh, angenommen. Na dann ist ein Named. Rätselhafter Angreifer. So, alles rausgerockt, was geht. Dann bleiben uns jetzt erstmal nur ein paar Auto-Attacks. Wie wir hier gerade in irgendwie drei Ringen oder so drinstehen. So, hier lohnt sich glaube ich sogar fast gleich eine Angriffskette, wa? Ja, welches Level hat er überhaupt? 34. Fünf Level unter uns und wir müssen trotzdem ganz schön drauf rumhauen. Boah. Was geht hier gerade ab? Ich vermute, da sollten wir nicht drinstehen. So, gleich würden wir eine Angriffskette rauskriegen. Mio, könntest du dich auch mal hier in so einen Heilring stellen, oder? Irgendeinen Debuff drauf. Ach, sie blühtet, glaube ich. Äh. Warum hab ich jetzt getankt? Sollte das so? Ich stell mich mal lieber hier hinter. Äh. Der Lebensbalken war noch lange nicht weg gewesen, oder? Ach, er verschwindet einfach wieder. Zu viel Schaden abgekriegt. Äh, es ist verschwunden. Was war denn das? Wahrscheinlich unsere Verfolger. Aber so einen Leftness habe ich noch nie gesehen. Ein neues Modell? Es bringt nichts, uns darüber jetzt Gedanken zu machen. Wir sollten schnell weiter. Ja, aber wir müssen auf der Hub bleiben. Zumindest bis wir den Wald verlassen. Mission ab. Okay, das war eine schnelle Mission. Das Phantom abgeschlossen. Der mysteriöse Leftness ist wieder verschwunden. Was könnte es damit wohl Aufsicht haben? Durchquere den Magnaval. Ja, wir werden sehen. Ähm. Das ist immer nicht mehr die Mission, die ich machen wollte. Der Jäger. Das war eigentlich unsere aktive Mission gewesen. Aber die führt uns auch hierher. Es scheint auf jeden Fall gerade hier der Neben- und der Hauptweg zu sein. Was mal ganz praktisch ist. Das ist etwas decentes, nicht wahr? Wir nehmen mal mit, was hier rumliegt. Wer weiß, wofür es noch gut ist. Ich habe das Gefühl, wir kommen nicht mehr zu dieser einen Stelle zurück, wo ich vorhin überlegt habe, ob wir da mal kurz hochgehen sollten. Time to take the fast way. Ach so, jetzt kommen wir tatsächlich zu der Rauchstelle hier, die man von da hinten gesehen hat. Wir mussten nur einen kleinen Umweg laufen. Wir haben Rain gefunden. Ich bin mir nicht so sicher. Wir haben das Rauchsignal von Rain gefunden. Ah ne, er hockt hier auch anscheinend. Rain, ist alles in Ordnung? Ihr, wie habt ihr... Wir haben deinen Signalstein gesehen. Du bist verletzt. Eine üble Verletzung, aber keine Sorge, ich kriege das Sinn. Ich bin nicht, wer ich mal war. Ich habe mich überschätzt. Ich dachte, ich könnte dich übertreffen, Juniper. Sei still. Diese Wunden schließen sich nicht, wenn du nicht still hältst. Entschuldigt, der Jäger wurde wohl zum... Gejagten. Gefragt, gejagt oder so? Die Beute, das Monster, es war ungewöhnlich. Wirkte irgendwie gefährlich. Ich verstehe, Rain. Du musst dich erholen, das ist ein Befehl. Ich kann in meinem Zustand kaum widersprechen. Also gut, ich werde mich dran halten. Lasst uns das Monster jagen. Monsterspuren, okay. Dann gehen wir wohl diesen Monsterspuren nach. Wollte gerade sagen, wo sind sie? Sie sind schon wieder weg. Doch, es dauert anscheinend immer ein bisschen. Bis sie wieder auftauchen. Hier ist ein Rastpunkt. Es wäre ganz schön, wenn wir den nutzen könnten. Dann könnten wir uns das nächste Mal hier hinbeamen. Alle zuhören. Großer Notfall. Lass mich raten. Sie hat Hunger. Was ist denn los, Manana? Wenn so weiter geht, dann... Füßchen von Manana werden abfallen und nie mehr nachwachsen. Wie sie sich alle bewegen. Seit unserem Aufbruch aus Kolonie Tau sind wir weit gelaufen. Wir wollten uns nach einer Stelle für ein Lager umsehen. Lager? Lager heißt Essen, oder? Und Essen heißt Kochen, oder? Ach, ganz aufgeregt. Ich hoffe, dafür reicht deine Kraft noch, Manana. Natürlich, kochen geht immer. Manana hat aber Kohldampf. Als gäbe es kein Morgen. Deshalb müssen Freunde bitte beim Kochen mithelfen, damit Essen schneller fertig ist. Klar, wir helfen dir. Das Funkelteichlager. Dann nutzen wir das mal, würde ich sagen. Übernachten. Ach, das ist die Haupthandlung. Infos gibt es nicht. Stufensteigern. 41 alle. Full. Du willst, schmieden, kochen, speichern. Speichern kann nicht schaden und dann, würde ich sagen, machen wir auch das hier mal eben. Und setzen hier auch schon die Haupthandlung schon mal weiter fort. Die Haupthandlung besteht auf jeden Fall viel aus, sich ausruhen. Hasp! Food is entirely missing. Happy hat Verschwindibus gemacht. Manana hat noch nicht einen Schnitt von Stummeck bekommen. Tumme. 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 Ja, ob sie das kann, ich weiß ja nicht. Was passiert hier? Kommt das Phantom wieder? Normalerweise auch Truthans. Ich wollte gerade sagen, irgendwelche Tierchen, aber es sind Truthans. Ja gut, letztendlich sind es ja Tierchen. Huh? Alles weg. Hat Manana unser Essen geplündert? Das wird Manana nicht gefallen. Das wird Manana nicht gefallen. Ach, kein Weg. Kein Weg. Manana bleibt kein Platt unpolished. Diese wunderschöne falsche Accusation. Nichts hat Manana überhaupt so krudig, vulgar Verhältnis. Alles klar, alles klar. Wir verstehen es. Just chill aus. Chill out. Chill, Dude. Truthans, Freunde. Truthans. Hey, check it. A feather? But what kind? I found tracks here. Nobody's blaming you here. These footprints. I think they're... Turkin. A turkin feather. So... They raided our supplies. Lands can stop apology. Honor and dignity of Manana left in tatters for a vile and faceless accusation. Come on, please lighten up already. Die Nuppern Ehre. Are you really strapped for food? Guess we'll have to go foraging. I can cut. Luckily this area is pretty bountiful all in all. So we might not be too hard pressed. Ja, im Dschungel sollte es einiges zu essen geben. Zumindest vegetarisches. Na ja, auch tierisches, wenn man's jagt. Manana is bottomless pit. Mehmeh? W-Wahariku no? Manana is ting tea eater. Not denying. Lies and deceit. On this day of days Manana will have retribution! Hehehehe! 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 Die Nupperns, ey. Das macht mich fertig. Oh, wer kommt hier schon wieder angeschleppt? Hehehehe! Looks like we've got ourselves a runner! Slipped out from the castle! Is this okay? He could get in touch with Ouroboros. Won't that impact our previous arrangements? Not to worry. If he does make contact, they'll come. Really? Also wir kommen so oder so, ne? Darauf könnt ihr euch einstellen. Simply like that. Hmm. Well, if you say so, we can probably take your word. Right, O? Hmm. Certainly. We can probably take his word. Wir oder die. Hehehe. Wenn wir eh schon einen neuen Proviant sammeln müssen, sollten wir Sachen bevorzugen, die sich möglichst lange halten. Guter Punkt, mal überlegen. Pilze und Früchte vielleicht? Ob Pilze jetzt dafür bekannt sind, dass sie sich so lange halten? Ich weiß ja nicht. Hat eigentlich wirklich jemand was mitbekommen, als sich diese Truthans in Lager geschlichen haben? Kein bisschen. Rico hat friedlich Haier gemacht. Tut mir leid, mir ist auch nichts aufgefallen. Wir sind so viel gelaufen, dass wir alle ganz schön erschöpft waren. Sonst wären wir mit deinen scharfen Ohren die Truthans sicher nicht entgangen. Ich glaube nicht, dass irgendwer Mio einen Vorwurf machen will. Sicherlich nicht. Aber wir sollten definitiv alle besser auf unsere Vorräte aufpassen. Naja, bringt auch nichts, jetzt im Nachhinein groß drüber zu klagen. Such mir einfach was Essbares, okay? Yo. Das ist doch... Ein Tier. Eine Ziege. Ein Zirgel. Entschuldigung, keine Ziege, ein Zirgel. Jedenfalls Zirgel jagen. Sollte eine ordentliche Portion Fleisch dran sein, ja? Immer nur Pilze machen auf Dauer auch nicht satt. Etwas Fleisch wäre schon auch nicht schlecht. Gut, dann sammeln wir mal, was wir kriegen können. Geklauter Proviant angenommen. Und Ludmeat ist großartig. Okay, Leute. Dann würde ich sagen... Ne, hier wollte ich gar nicht hin. Und ihr heute? Hm... Wir stalten mal wieder auf die Mission um, wo wir gerade hinterher waren. Wo der geklaute Proviant noch niedriger ist. Aber trotzdem, wir machen nächstes Mal erstmal den Jäger weiter und dann den geklauten Proviant. Und folgen dann auch weiter auch unserer Hauptquest. Aber obwohl wir gerade hier so schön an so einem Lager sind und Pause machen, würde ich sagen, machen wir hier auch ein echtes Päuschen. Also Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Däumchen nach oben oder eventuell sogar ein Abo da. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.